Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 4. Dezember 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten kurz an der Dniprofront. Eine Nachricht erreicht uns heute vom okkupierten Ostufer aus den Reihen des russischen 1218. motorisierten Schützenregiments. In der Siedlung Knazich-Richorevka hat ein russischer Soldat seinen Kommandeur mit einer Kalaschnikow erschossen, das behauptet ein russischer Militärblogger. Es handelte sich dabei um den 37-jährigen Leutnant mit dem Namen Ivan Krivoshev, den der russische Soldat Mikhail Chachlov getötet hat. Einen weiteren Kollegen hat Chachlov angeschossen und verwundet. Dieser wurde ins Krankenhaus gebracht und konnte scheinbar überleben. Alle drei Militärangehörige dienten im 1. Bataillon des 1218. motorisierten Schützenregiments. Die Ursache für den Mord ist wohl Chachlovs Nachname. Dieser hat nämlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Wort Chachol. Das ist eine russische Beleidigung für Ukrainer. Scheinbar wurde er für seinen Namen von seinen Kollegen verspottet und beschloss, sich zu rächen. Am Abschnitt der Siedlung Kryn-Ky hat sich die Situation zum heutigen Tag nicht verändert. Damit verlassen wir die Dnipro-Frontlinie in Richtung der Saporizhia-Frontlinie. Die amerikanische Zeitung Washington Post veröffentlichte einen Artikel, der auf Gespräche mit 30 ukrainischen und amerikanischen Beamten sowie 20 ukrainischen Offizieren und Soldaten basiert. Das Thema ist die ukrainische Sommeroffensive, die man inzwischen ohne Zweifel für gescheitert erklären kann. Der ursprüngliche Plan des Beginns der Gegenoffensive sah vor, dass die 47. mechanisierte Brigade am 7. Juni innerhalb von 24 Stunden ganze 14 Kilometer bis in das Dorf Roboten hervorrückt. Das Endziel war das Erreichen der Stadt Melitopol und dem Abschneiden der russischen Logistik im Süden. Allerdings verlief nichts nach Plan. Das Problem waren dichte Minenfelder, ständiger russischer Beschuss und schwere Verluste in Mann und Technik. Der vierte Tag schockierte die ukrainische Seite und untergrub die Kampfmoral der Truppen. Wenn wir uns zurückerinnern, das war gerade der Tag, an dem die ukrainische 47. Brigade zahlreiche moderne Kampfpanzer und Schützenpanzer verlor, darunter die des Typs Leopard 2 oder Bradley. Damals kursierten diese Bilder um die Welt. Der ukrainische General Saluzhne gab daraufhin den Befehl, den Großangriff zu stoppen, um die verbliebenen Kräfte zu bewahren. Statt einer groß angelegten mechanisierten Offensive mit Artillerieunterstützung, was von den Amerikanern empfohlen wurde, beschloss Saluzhne in Gruppen von 10 Mann zu Fuß anzugreifen. Er war der Meinung, dass diese Methode die Verluste reduzieren würde, dafür wäre sie aber langsamer. Ursprünglich wollte das ukrainische Militär in etwa zwei bis drei Monaten das Asovsche Meer erreichen. Anstatt am ersten Tag um 14 Kilometer durchzubrechen, rückte die Ukraine in den vergangenen sechs Monaten um lediglich 19 Kilometer vor. In diesem Artikel werden noch ein paar interessante Fakten genannt. 70% der 47. Brigade, die die Offensive starten sollte und mit westlicher Militärtechnik ausgerüstet war, verfügte über gar keine Kampferfahrung. Die Amerikaner versuchten die Ukrainer zu überreden, alle Kräfte an einem Punkt zu konzentrieren. Die Ukraine entschied sich, wie wir gesehen haben, dagegen. Sie wollte gleich an drei Stellen durchbrechen, nämlich in Richtung Togmak Militopol, in Richtung Staromlinovka Mariupol und in der Region der Stadt Bachmut. Und hier stehen wir heute, ganze sechs Monate nach dem Beginn der ukrainischen Offensive. Auf der Karte sind lediglich drei Gebiete mit gelben Flecken zu sehen, nämlich genau die Gebiete, wo die ukrainische Seite in die Offensive gegangen ist. Allerdings blieben hier strategische Erfolge aus. Die ukrainische Seite konnte lediglich auf taktischer Ebene vorstoßen und einige wenige Siedlungen erobern. Gegeben der vorbereiteten russischen Verteidigungslinien reichten an keinem der drei Abschnitte die Kräfte aus, um durchzubrechen. Nach sechs Monaten ukrainischer Offensive können wir sagen, dass das russische Militär die Initiative an fast allen Frontabschnitten übernommen hat und nun angreift. Und genau so sieht es heute auch in der Region Roboterne Verbove aus. Ukrainische Militärblogger sprechen von weiteren russischen Angriffen in der Region der Siedlung Verbove. Die russische Seite behauptet, dass es ihr gelang, um mehrere hundert Meter fortzurücken. Die Situation an der Frontlinie wird überprüft. Bis jetzt haben wir keine Beweise über irgendwelche russische Vorstoße. Damit bleibt die Situation erstmal unverändert. Im Donbass konnte die ukrainische Streitkraft auch heute zahlreiche russische Angriffe abwehren. An der nördlichen Flanke Avtseivkas unternimmt die Ukraine sogar lokale Gegenangriffe, um die Russen wieder aus der Siedlung Stepovo zurückzuwerfen. Eine Drohnenaufnahme zeigt einen ukrainischen Bradley-Schützenpanzer im östlichen Teil des Dorfes, und zwar direkt an dieser Straße. Von dort aus feuert er auf die vordersten russischen Positionen, ehe er sich wieder zurückzieht. Das ist eine direkte Bestätigung dafür, dass die Russen sich im südöstlichen Teil von Stepovo noch nicht festsetzen konnten. Allerdings gelang es der ukrainischen Seite nicht, hier Gelände zurückzuerobern. Die russische Seite... Entschuldigung. Die ukrainische Seite konnte lediglich alle russischen Angriffe auf Stepovo abwehren. Gerade Bradleys werden täglich in Richtung der Frontlinie geschickt, um russische Sturmgruppen anzugreifen. Währenddessen greifen russische Sturmgruppen weiter das Gelände der Kokerei an. Nachdem der russischen Seite letzte Woche ein Vorstoß entlang dieses Wallstrichs gelungen ist, versuchen russische Gruppen nun von dort aus auf das Gelände der Fabrik einzudringen. Dabei fixieren Drohnenaufnahmen regelmäßig russische Trupps, die sich dem Gelände der Fabrik nähern. Die russische Seite erleidet lediglich Verluste und kann keine Geländegewinne erzielen. An allen anderen Abschnitten der Stadt greift die russische Seite ebenfalls an, allerdings mit etwas geringerer Intensität. Es kommt zu Kämpfen östlich der Stadt Davzivka in der Region Vesel-Gamenka, außerdem weiter südlich der Stadt in Richtung der Höhen am Lokal Zarska-Achota. Und auch in Richtung der zwei Siedlungen, Serwerne und Tonenke, registrieren wir hin und wieder russische Angriffe. Die ukrainische Seite kommt aber hier erstmal weiter zurecht. Die Situation an der Frontlinie bleibt weiter unverändert. Die ukrainische Streitkraft startete in der vergangenen Nacht einen Drohnenangriff auf die Großstadt Luhansk. Russische Quellen veröffentlichten Bilder vom Gelände eines Öldepots, welches Feuer fing. Scheinbar wurde das Öldepot von ukrainischen Drohnen getroffen. Das Feuer wurde im Laufe des Tages gelöscht. Genaue Angaben über den Schaden macht die russische Seite zum heutigen Abend noch nicht. Als nächstes springen wir an den Abschnitt der Stadt Bachmut. Ein ukrainischer Militärangehöriger spricht heute erstmals das Eintreffen russischer Kräfte des Verbandes Storm V ein. Sehr wahrscheinlich ist das ein weiterer Verband, der wie der uns bekannte Verband Storm Zet aus rekrutierten Gefangenen besteht. Zusammen mit Storm V ist auch das neue 299. Luftstromregiment an den Angriffen beteiligt. Dieses unterstützt das etwas angeschlagene 331. Luftstromregiment hauptsächlich an der nördlichen Flanke. Beide Verbände gehören zur 98. Luftlandedivision. Als Folge des russischen Einsatzes frischer Reserven ist aus ukrainischer Sicht keine Besserung zu erwarten. Das verstehen auch ukrainische Soldaten vor Ort und berichten davon. Einer von ihnen spricht von ständigen in Anführungszeichen Fleischangriffen der russischen Seite. Die Intensität der Kämpfe nahm seinen Aussagen zur Folge um ein Vielfaches zu. Damit gehen wir mal kurz alle Frontabschnitte durch. An der südlichen Flanke gibt es heute die ersten Informationen über das Eindringen russischer Truppen in die zwei Siedlungen Andriyevka und Klischyevka. Russische Truppen sollen wohl an den Grenzen des Dorfes präsent sein und bereits die ersten Häuser eingenommen haben. Das behauptet auch eine ukrainische Quelle. Die Grenzen der Dörfer bleiben in der grauen Zone. Die Situation wird dort überprüft. In den nächsten Tagen sind Veränderungen möglich. Westlich der Stadt greift das russische Militär weiter in Richtung der Siedlung Ivanovska an. Die Situation bleibt dort unverändert. An der Grenze der Siedlung Chromove kommt es weiter zu Stellungskämpfen. Auch hier bleiben wir beim gestrigen Stand. Und zu guter Letzt der Abschnitt an der nördlichen Flanke. Hierzu berichten russische Militärblogger heute von der Eroberung der Valyanovski-Gärtnerei. Das ist dieser Punkt an der Eisenbahnlinie direkt angrenzend an die ukrainischen Stellungssysteme in der Region der O-0506-Straße. Bestätigung dessen, dass die russische Seite dieses Gebiet erobern konnte, haben wir noch nicht. Aber es scheint insgesamt nicht unwahrscheinlich. In den nächsten Tagen sind auch hier Korrekturen wahrscheinlich. Außerdem drücken russische Luftlandetruppen auf das Dorf Bohdanivka hauptsächlich entlang dieser zwei Waldstriche. Hier werden erstmal keine Veränderungen registriert. Zum Abschluss springen wir an die nördliche Frontlinie. Dort konnte die ukrainische Streitkraft die Situation westlich der Stadt Kremina erstmal stabilisieren. Die ukrainische Seite unternahm lokale Gegenangriffe in der Region der Grenze der Donetsk und Luhansk-Oblest. Die zwei Siedlungen, Terne und Jampolivka, wurden mit frischen Kräften verstärkt. Unter anderem wurde auch die Artillerie an diesem Abschnitt nochmals verstärkt. Im Großen und Ganzen werden zum heutigen Tag aber keine Veränderungen registriert. Genauso sieht es auch in der Region Kobiansk aus. Das russische Militär greift weiter in Richtung Sinkivka an. Außerdem sehen wir südwestlich von Pershodravna wie russischen Angriffsdruck. Die Situationen bleiben, so wie um Sinkivka, als auch in Pershodravna wie unverändert. Die Ukraine kann hier die Frontlinie weiter halten. Zum Abschluss kehren wir nochmal zurück zum Thema der ukrainischen Militärführung. Die ukrainische Zeitung Ukrainska Pravda veröffentlichte einen Artikel zum vermeintlichen Konflikt zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte Saluzhne. Angeblich besteht schon seit Beginn der Invasion ein kleiner Konflikt zwischen diesen beiden einflussreichen Personen. Gerade nach der Schlacht um Kyiv hatte Saluzhan an Popularität gewonnen, was Zelensky nicht wirklich gefallen hat. Nun wird behauptet, dass der US-Pentagon-Chef Lloyd Austin bei seinem kürzlichen Besuch in Kyiv den ukrainischen Präsidenten dazu veranlasst hat, über eine Entlassung Saluzhanes nachzudenken. Grund dafür sind die unterschiedlichen strategischen Ansätze zur Kriegsführung. Saluzhne betont, dass die Ukraine derzeit nicht die Ressourcen für einen großen Sieg hat und eine strategische Pause für die Modernisierung der Streitkräfte notwendig ist. Zudem ist er der Meinung, dass die Ukraine ohne eine deutliche Erhöhung der Unterstützung der Alliierten keine Chance hat, bedeutende Erfolge zu erzielen. Zur Befreiung der besetzten Gebiete schätzt der ukrainische Generalstab den Bedarf von 17 Millionen Granaten und 350 bis 400 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen wurden laut der Zeitung dem Chef des Pentagons mitgeteilt. Dieser war überrascht, denn sogar auf der ganzen Welt sei es unmöglich, so viele Granaten zu bekommen. Salensky dagegen lehnt eine Pause ab und befürchtet einen Verlust des Interesses der westlichen Partner sowie eine Reduzierung der militärischen Unterstützung, so berichtet die ukrainische Zeitung. Inzwischen kommuniziert Salensky sogar bewusst hinter dem Rücken Saluzhanes mit anderen Militärs. Die fehlende Einigkeit zwischen Salensky und Saluzhanes könnte zu einer ernsthaften Krise in der Führung des Landes führen. Die ukrainische Zeitung schlussfolgert, dass Salensky den aktuellen Generalstabschef Saluzhanes entlassen könnte, um stattdessen einen anderen Generalstabschef zu ernennen, der seinen strategischen Ansichten und Pläne unterstützt. Ein bedeutender Teil des Präsidentenbüros sei aber dagegen, Saluzhanes zu entlassen. Neben den Problemen auf dem Schlachtfeld hat die Ukraine nun also doch einige Unstimmigkeiten in den Reihen der obersten Führung. Zuvor waren das nur Gerüchte, die von der russischen Propaganda befeuert wurden. Ein ukrainischer Soldat fordert als Reaktion auf den Artikel der ukrainischen Zeitung einen Stopp dieses Konflikts. Er bezeichnet dies als eine Krise bzw. deren Anfang. Ähnlich äußern sich auch andere ukrainische Militärblogger am heutigen Tag. Soviel zur aktuellen Situation in der Ukraine am 4. Dezember. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. In der Videobeschreibung gibt es anderweitige Möglichkeiten, meine Arbeit zu unterstützen. Ich bedanke mich im Voraus. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Abend. 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 Bis dahin, einen wunderschönen Abend.